Willkommen zu Overwatch, und zwar wollte ich euch mal jetzt das Brawl der Woche zeigen, die letzte Woche ist ja ausgefallen. Läuft das ja alles noch? Jo. Diese Woche nur mit Pharah und Mercy. Und ich werde hier auf Mercy gehen. Das geht so asozial. Ich finde in den normalen Spielen sind zwei Pharah meist schon richtig Krebs. Und jetzt gleich drei und noch drei Mercy's dazu. Ei, ei, ei. Das kann was werden, Leute. Wir werden uns gleich so wegballern hier oben. Oh. Mir ist mal runtergefallen. Naja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 4, 3, 1. Angreifer nähert sich. Uh. Uh. Was geht denn hier ab? Ich höre die Uraliketen und das ist echt asozial. Boah. Alter, ich sehe einfach nichts. Ha, 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 ha. Fuck. Stackt sich das eigentlich, wenn das zwei machen? Scheiße, ey. Ich sehe auch einfach kaum was. Aber das ist scheinbar auch nicht so wichtig. Also ich, äh, muss ja sagen, ich finde den Spielmodi jetzt nicht unbedingt, also... so gut, die nehmen gerade nämlich den Punkt ein. Ah, scheiße. Naja, ich habe einen gekillt auf jeden Fall. Scheiße, ey. Arbeite zusammen. Ah, den Punkt haben sie. Ja. Ach, hing ich in der Ecke fest. Ist das ein scheiß Spielmodi. Also ich weiß nicht, die müssen manchmal blizzard sitzen und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Ich hole dich von Himmel. Oder auch nicht. Wann greift man denn auch mit Mercy mal an? Ja. Ist doch gar kein Wunder, dass ich da keinen Aim habe. Oh, geil. Jetzt. Jo, moin. Ja. Geht auf den Punkt. Geht auf den Punkt. Geht auf den Punkt. Das ist einfach... Guckt euch das mal an. Was ist das für ein Kackmodus? Geht auf den Punkt. Geht auf den Punkt. Alter Schwede. ist das nervig. Und das wollen wir jetzt noch sechs Minuten so machen, ja? Junge, 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 Junge. Wenn die wenigstens mal was treffen würden. Das war auf jeden Fall knapp. Ich treff dich. Naja, fast. Wie weit reicht das denn? Stützt und ist da. Unterdrückungsfeier. Unterdrückungsfeier. Achtung. Zurück. Achtung. Unterdrückungsfeier. Na, fuck. Unterdrückungsfeier. Das ist eure gerechte Strafe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Zurück. Ja, von da hinten. Ach, Leute. Also irgendwie. Roll Elfer. Highlight des Spiels. Das ist eure... Jo. Nice. I'm... I'm out. Naja, Leute. Das war auf jeden Fall das Brawler Woche. Ich glaube, das lohnt sich nicht, weiter zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut weiter rein. Ciao mit V. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank.